Auch Urlaub in Deutschland kann schön sein, ein Topstar planschte nun in einem deutschen Badersee. So erkannte ihn aber wohl keiner. Auch Promis machen vermehrt Deutschland Urlaub. Sasser planschte jetzt im Flesensee, Mecklenburg-Vorpommern. Er sah aber etwas anders aus als im Fernsehen. Malchow, so langsam kehrt nach der Corona-Krise die Neunormalität ein. Dazu zählt für viele auch, dass sie auf Urlaub im Ausland verzichten und sich stattdessen daran erinnern, wie schön es doch auch in Deutschland ist. Das gilt auch für die Promis. Dieter Bohlen Urlaub, der unlängst etwa auf Sylt. Jetzt zeigt sich bei Instagram ein deutscher Topstar beim Planschen im bekannten Flesensee, Mecklenburg-Vorpommern. Sasser Mecklenburg-Vorpommern Sasser verbringt Urlaub in Deutschland. An der 48-jährige Sänger, bekannt nicht nur als Popstar, sondern auch aus verschiedenen TV-Formaten wie T-Voice-Kids, zeigt sich in der Öffentlichkeit ja meist ticktot geschniegelt. Vor allem seine Haare scheinen ihm wichtig zu sein. Doch privat lässt er offenbar auch mal Fünfe gerade sein. Das zeigt sich auf dem Foto, das er selbst gepostet hat. Die Haare wirken etwas verwuschelt, auch beim Bad hat er der naturfreien Lauf gelassen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. 1, 2, 3 Faterhante und Bistreizer Lenkerne 1, 2, 3 Urlaub-Family Deutschland ist zu en Flesensee-Quality-Theme. Eckpichen 13 Ein Beitrag geteilt von Sasser Ecksasser.musik Am Jun 17, 2020 um 8.30 Uhr PDT Dazu trägt Sasser Sonnenbrille, Badeschots und ein lässiges grünes Kurzarmhemd. Cool. An der Hand hält er seinen Sohn Otto Karl-Leonard. 1, 2, 3 Dokumentiert Sasser den unbeschwerten Spaß mit seiner Familie. Und nicht nur der Hashtag Quality-Theme unterstreicht, wie er diesen genießt. Erst wenige Tage zuvor hatte es eine weitere rührende Liebeserklärung gegeben. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Jeder Augenblick mit ihr ist wie ein Polaroid. Er brennt sich ein in meinem Kopf. Er alle zeigt, ich bewahr sie alle auf. Und irgendwann Mach ich ein Daumenkino draus und wir schauen es uns gemeinsam. NDD LaForever und EW Rever. Jeden Tag ein bisschen mehr Polaroid. Momentfoto. EG-Kriegs-Unterstreichung Bielke EG-Kopf und Kamera. Ein Beitrag geteilt von Sasser, ex-sasser.musik Am Junn 11, 2020 um 12.34 Uhr PDT Mecklenburg-Vorpommern. Sasser Planscht. Fans begeistert ihr Fans des beliebten Sängers. 177.000 Follower bei Instagram zeigen sich von dem Badeseefoto aus Mecklenburg-Vorpommern begeistert. Von Kutum Mittermeier, Sängerin und Ehefrau von Comedian Michael Mittermeier, gibt es Herzchen und Kuss. Andere schreiben, oh so süß, toller Papa. Das macht Spaß, voll süß ihr zwei. Tolles Bild, schön hier bei uns im MV. Was gibt es Schöneres, als diese Zeit zusammen zu verbringen und das Bild ist so zuckersüß. Genießt die Zeit. Ein Detail. Viel fielen bei einem neuen Instagram-Foto von Bastian Schweinsteiger auf. Auch Emili Ratajkowski sorgte mit einem neuen Bild für viele Likis. Indessen verbringt ein A-Promi seinen Urlaub auf Mallorca und wird von keinem erkannt. Kathi und Mats Hummels stoppen in ihrem Urlaub in einem Kiosk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017